Aber die Gewindefertigung haben wir erkannt, dass das ein Zweig ist, den nicht jeder anpackt. Wenn im Maschinenbau Gewindekomponenten benötigt werden, die nicht den gängigen Normen entsprechen oder die an Kundenbedürfnisse angepasst werden müssen, dann kommen wir ins Spiel. Denn da, wo andere aufhören, fangen wir oft erst an. Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt, nicht die Norm. Die Teile aus meiner Maschine gehen an über 30 Länder auf dieser Welt. Und so etwas wie Massenproduktion gibt es eigentlich gar nicht bei uns. Weltweit vertrauen Kunden auf die Qualität und Erfahrung von Bornemann. Einem Familienunternehmen in dritter Generation, das in der Gewindefertigung Maßstäbe setzt. Wir fertigen alle Arten von Gewinden nach allen internationalen Normen, in allen Geometrien und aus allen Materialien. Auch extreme Längen und Durchmesser werden auf modernsten Bearbeitungszentren und selbstentwickelten Maschinen gefertigt. Sonderwünsche sind bei uns der Standard. Und Qualität wird messtechnisch perfekt protokolliert. Wir liefern komplett einbaufertige Gewindekomponenten exakt so, wie es der Kunde sich wünscht. Unsere Zangen werden teilweise sehr harten Umgebungsbedingungen ausgesetzt. Wir dürfen hierbei keine Kompromisse eingehen. Mittlerweile arbeiten wir seit 10 Jahren mit der Firma Bornemann erfolgreich zusammen und sind froh, einen Partner gefunden zu haben, der diese Voraussetzungen erfüllt. Oft fahren wir auch direkt zu den Kunden raus, um zusammen mit dem Kunden technische Lösungen oder Probleme zu besprechen und diese zu beheben. Ob in 1000 Metern Tiefe, in der Arktis, im Weltall, in der Medizintechnik oder als Teil von revolutionärer Robotik, unsere Gewinde sind immer dort im Einsatz, wo kompromisslose Qualität gefordert ist. Bornemann Gewindetechnik ist ein gutes Beispiel für einen typischen mittelständischen Betrieb, der schon jetzt die Herausforderungen der Digitalisierung operativ angeht. Automatisierung hat bei uns wenig mit Abbau von Arbeitsplätzen zu tun. Im Gegenteil, wir wollen mit der bestehenden Mannschaft wachsen. Dafür brauchen wir 4.0 und die Automatisierung von Fertigungsprozessen. Qualität fängt in den Köpfen unserer Mitarbeiter an. Wir haben ein tolles Team, das sich mit unseren hohen Qualitätsstandards identifizieren kann. Das macht Sinn. Bei uns kann man das auch spüren. Unser hoch motiviertes und erfahrenes Team wartet darauf, Ihre Erwartungen zu übertreffen und Sie zu begeistern. Kontaktieren Sie uns für die Fertigung Ihrer Gewindekomponenten. Individuelle Gewinde nach Maß. Wir kennen uns für die Fertigung. Wir kennen uns für die Fertigung ihrer Körper geben. Dann Clara legieren Sie uns für die Fertigung. ... sondern für die Fertigung führt.